Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dune. Ja, ich vermute, dass es dieses Mal ein wenig mehr Action geben wird. Ich will nämlich unbedingt dieses Einhack-Komfort angreifen. Mir geht das mittlerweile so auf den Sack. Jetzt sind die Kollegen reif. Ich fliege mal da hin. Ich hoffe, dass uns der Imperator nicht zwischendurch jetzt auch noch auf den Sack geht. Hoppala, wir müssen ja dem auch noch mal wieder ein bisschen Spice vorbeibringen. Und der wird auch immer gieriger. Und das ist echt eine üble Geschichte. Oh, schon eine Vision. Das kann schon der Imperator sein. Eine Nachricht ist im Palast eingetroffen. Das wird der Imperator sein. Gut, alles klar. Ich brauche aber noch eine Vision. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall die Nachricht über die Gewürzladung. Schnell. Leute, wie geht es euch? Was könnt ihr? Ja. Christmesser. Okay. Ja, das muss reichen. Truppe wegen. Zum Angriff auf Hagar sieht. Truppe wegen. Und angreifen. Gut, das haben wir gemacht. Die Jungs werden immer noch angegriffen. Wie stehen die Aktien? Nein. Wie konnten die uns denn erraten? Oh, wie konnten die... Mist. Können wir die überhaupt da hinschicken? Die haben gar keine Ausrüstung. Jetzt sind wir natürlich dick hier am Angreifen. Mit denen sind wir auf dem Weg nach hier hin. Haben wir hier noch irgendwelche Ausrüstung? Nein. Nein. Das sieht ja gar nicht gut aus. Das muss ja eine ziemlich überragende Übermacht sein. Weil ich dachte, die rennen sich jetzt da kaputt an unserem Vor. Ja, wir müssen auf jeden Fall erst mal den Imperator glücklich machen. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Sprung zum Ziel. Ja, jetzt kommt wieder eine ganz böse Dingens. Ah ja, das war klar. Noch einer. Jo. Alles klar. Sehr schön. Jetzt kriegen die auch noch irgendwelche Krankheiten. Noch einer ohne Fahrschein. Und ein böser Imperator. Schnell rein in den Palast, damit wir diese Visionen nicht mehr heimsuchen. Es läuft im Moment aber auch blöd. Ja. Die werden ihm wohl seinen Spice schicken müssen. Gucken wir uns die andere Nachricht nochmal an. Das ist jetzt natürlich die Baby-Nachricht. Böse, böse, böse. Ja, die kriegt er jetzt auch. Sofort. Der alte Gierschlund. Ja, das habe ich auch schon ein paar mal vorgelesen. Ja. Jo, komm mit mir. Gut, los. Ja. Ja, Chani bleibt hier. Und raus mit der Ladung. So, welch ist er? Die Ladung wird zu Udo verschifft. Lass uns abwarten, wie der Imperator darauf reagiert. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Genau. Die Antwort ist eingetroffen. Neue Nachrichten ansehen. Und Imperator Shaddam der Vierte. Ja, in sechs Tagen. Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall sechs Tage schon mal wieder Zeit, uns hier um den anderen Brassel zu kümmern. Das ist nämlich wirklich nicht toll. Ja, natürlich verbirgt sich was dahinter. Der alte Gierschlund. Will uns hier platt machen, indem er von uns unmenschliche Massen von Spice einfordert. Versuchen erstmal hier mit ein paar Gewürzuchern zu sprechen. Okay, Truppe wegen. Ich gucke mal, ob wir vielleicht ihn versetzen. Oh ja, das ist ziemlich abgefrostet, das Gebiet. Dann geht ihr jetzt da hin. Wie sieht es hier aus? Okay, können wir ihn vielleicht. Er ist nämlich auch in einem total abgegrasten Gebiet. Hier sind keine Truppen. Ja, dann macht ihn wir auf den Acker dahin. Vielleicht wird es dann etwas besser. Ich gucke mal eben hier oben, ob wir unsere Truppen da verloren haben. Ich vermute nämlich ja. Das war, ja. Die sind beide wieder gefangen genommen. Scheiße. Ach, das war sehr ärgerlich, das muss ich sagen. Was? Ja, okay. Das war nicht gut. Und weil das nicht gut war, muss ich mal wieder wahrscheinlich einen Speicherstand laden. Damit würde ich dann leider sagen, dass, ich habe vorhin zum Glück einmal abgespeichert zwischendurch, dass diese Folge leider eine ziemlich unterhaltsame Nullnummer war. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir keine Chance mehr, weil uns einfach zu viele Truppen jetzt drauf gegangen sind. Naja gut, damit beende ich frustrierterweise diesen Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Let's Play Dune.